Dann erobern wir mal zurück. Aber ich muss auch sagen, dass ich Leaks mittlerweile hasse. Bei Resident Evil Präsentation, also von Capcom, sowie von Square Enix, Final Fantasy 7 und so. Ich konnte mich nicht auf das, was die gezeigt haben, freuen, weil es einfach schon bekannt war, dass es vorkommen wird. Deswegen finde ich, hauen mich die Infos da nicht so um. Ich will das sehen, so wie Liz. Liz hat es gesehen und hat es gefeiert, weil sie es nicht vorher wusste. Aber ich hatte es bei Pan ja gesehen. Und Pan hat schon gesagt, es wurde geleakt, dass etwas zu Final Fantasy 7, äh, Crisis Core kommen könnte. Und zack, Remaster. Und der zweite Teil, also dann vom Remake, also Reverse. Das war mir irgendwie klar, dass das kommen wird. Das wird nächstes Jahr generell geil. Wir bekommen Final Fantasy on Mars. Wir bekommen Final Fantasy on Mars da. Das ganze Jahr voller Final Fantasy. Ja, das haben die ja auch gesagt, dass es drei Teile werden. Ja klar, die haben das beim, äh... Die hatten drei Spiele aufgelistet. Oben war das Remake, in der Mitte war Reverse und das letzte war noch schwarz. Da haben sie gesagt, dass das drei Teile scheinbar dann werden, ne? Also mittlerweile haben sie dann sozusagen die Anzahl des Remakes gesagt. Ich will Leute übernehmen und nicht... Wie soll ich denn da drinnen? Oh, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wo ist er? Er soll kämpfen. Okay, Murasaki kann sich dadurch schletzen. Aber... Wie bitte, Zeteia? Mercedes? Zeteia will ich auf jeden Fall mit rein haben. Anstatt Hubert nehmen wir... Mariana? Mariana? Sollen wir Gerard mitnehmen? Ach, Gerard hat eigentlich kaum... Chancen. Schau mir, nee. Happy auch nicht. Valtus! Oh ja, Valtus. Na, Leonie ist auch leider nicht nützlich. Kaspar? Uh, Kaspar kann auch da unten mit aufräumen. Erste Flugeinheit, komm. Doro? Doro möchte spielen. Ich hole mir noch eine Bataillon dazu. Die Vatlan-Fechter. Vatlan-Fechter? Untertitelung. BR 2018 Sie ist keine Kämpferin gerade, deswegen kann sie auch mal Heilung mitnehmen. Ja komm, so können wir es lassen. Schade, dass wir keinen umändern. Ja, obwohl CD3 war ja nicht so groß von Final Fantasy 7, deswegen ist es auch leicht, drei Teile rauszumachen. Deswegen habe ich schon so eine Vorahnung, wie weit der zweite Teil gehen könnte. Oh, der muss auch runter, lol. Und hier kommen nur zwei, ne? Ferdinand ist nicht spielbar gerade? Kdo, doch? Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich bin so schnell, wie ich es schlafen kann. Das war's für mich. Das war's für mich. Es gibt nämlich eine Stelle, da kann man ziemlich gut einen Cut setzen, wenn ich richtig liege. Was ist das? Das war's für mich. Das war's für mich. Ihr bleibt mal alle hier auf Bereitschaft. Das war's für mich. Entschuldigung. Kronja! War Kronja nicht damals Monika? Aber es könnte sein, dass sie... Ich habe es damals nicht so wirklich verstanden. Es könnte sein, dass Kronja Monika umgenietet hat und dann... Ausgetauscht wurde, halt die Rolle übernommen und so weiter. Soll es... Dann müssen Sie mich setzen! Segen Sie jetzt! Asst sollte man damit! Danke, dass Sie sich haben! Ich bin sicher, dass Sie sich da. Ach... Wie ist das? Ach... ich möchte mich nicht davon machen. Ach, dass wir dann selber machen! Das war's für mich. Das war's für heute. Oh, vass. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. aber wollt ihr denn alle hin so Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für mich. Die wurden besiegt, lol. Soll this be the end? Let's go. I'll be back with them. I'm sorry. I'm sorry. It's all about their power. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Ferdinand hat Probleme. Ferdinand hat Probleme. Ich werde mir das? Ich bin auch einigen, dass ich herzuse. Nun... Ich werde mich unterstützen. Ich bin nicht weg. Ich weiß nicht, dass ich eine Chance habe. Ich weiß nicht, wie ich hier mit meinem Traum hace reichen habe... Ich kann es nicht mit mir und es schütteln. Ich kann es mir auf mit meinem Hurenrey´m Show. Ich kann es mir mit meinem Traumрокang verletzen. Ich kann es mir nicht, wie Edmurend drauschen. Da, warum mi 댓 Будet? Ich kann es mir schicken. Ich kann es mir auf mich. Was ist hier los? Ach du Scheiße, jetzt geht doch noch da was ab. Was ist hier? 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 Was? Was ist hier? 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das haben wir ziemlich gut hinbekommen. Ich glaube, die hätten wir auch gar nicht dabeihaben brauchen, aber ich habe das irgendwie besser gefunden. Wollte ich meine Charakter nicht eigentlich noch auf Level 54 machen, bevor ich da reingehe? Egal. Der Unerschöpfliche ist ein Bogen. Aber wann bekommt man das endlich? Bestimmt erst Ende des Spiels und das finde ich schade. Das ist ein Bogen. Also ich mag ja diesen Teil, aber ich bin froh, wenn ich immer wieder so ein Warriors-Spiel spiele, wo ich nur einen Charakter spielen muss. Diese ständige Gehen-und-Her-Switchen. Ich habe nicht wirklich teilgenommen, was ich nicht. Ich habe nur noch ein paar Worte gesagt, dass ich mich nicht so sagen kann. Aber ich habe auch gedacht, dass ich mich nicht so sagen kann. Ich habe auch Angst, dass ich mich nicht so sagen kann. Ich habe mich nicht so sagen, dass ich mich nicht so sagen kann. Und dann, Eidel Galt, wie geht es? Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? Ich werde immer wieder gehen. Wenn man mit den anderen Ländern kämpft, dann wird es nicht so warm sein. Ich werde mit dem Krieg und den Krieg. Ich werde mit dem Krieg. Was ist das? Das ist doch nicht so, was ich? Es ist dann noch die Adrastea, die die Abenteuerlose. Das ist doch nicht so, was ich? Ich denke, dass ich ein Problem habe. Ich denke, dass ich das letzte Schritt für die Abenteuerlose zu gewinnen. Ich habe eine Folge für einen Schwerpunkt in die Meriseus gemacht. Ich habe auch geschafft, dass wir die Kroniära überwarten. Aber die Arrandel-Ko war nicht so, wie es Tarris war, dass die Soron nicht wahrnimmt. Es gibt viele Worte in der ganzen Aegele-Koll-Koll-Koll-Koll-Koll-Koll-Koll-Koll-Koll-Koll-Koll. Aber es scheint zu sehen, dass die Welt des Fallen des Fallen nicht mehr zu sehen ist. Damit haben wir die Schattenschleicher. Das heißt, es gibt wirklich nur noch das Königreich und das wir kämpfen. Das heißt, es gibt wirklich nur noch das Königreich und das wir kämpfen. Ja, es ist sicher nicht möglich. Aber ich denke, dass sie nicht mehr so sein können. Aber ich denke, dass sie wirklich nicht mehr so sein können. Ich glaube, dass du mit Eidl-Garut gewusst hast, oder? Ich habe es gewusst. Ich glaube, dass du nicht möglich, dass du in den Häusern kannst. Du bist ein Kind. Nein. Du bist nicht der Eidl-Garut. Als ich mit einem anderen Menschen verabschiedet habe, habe ich versucht, die Menschen zu verabschieden. Während ich nur so etwas passiert, kann ich nur jemanden verabschieden. Was ist das, was ich zu sagen? Ich habe noch nicht gesagt, dass ich das letzte Mal gesagt habe. Ich glaube, dass wir die Krieg sind. Ich glaube, dass ich mich nicht so fühle. Soron, Kronie, Taris... Ich weiß nicht, dass die Leute nicht gut verstehen. Ich dachte mir, dass ich die Kraft und die Läufe von Läufe bin. Ich glaube... Ein bisschen? Nichts? Ich weiß nicht, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin ein Före, aber ich bin ein Före. Ich bin ein Före, wenn ich mein Vater und ich bin ein Före. Ich denke, dass ich mich nicht zu sagen, dass ich mich überlebt habe. Ich denke, dass ich mich sehr glücklich erzähle, aber ich bin ein Före. Ich habe den Wettbewerb mit dem Konkreuz. Ich habe den Wettbewerb mit dem Wettbewerb. Ich habe das Gefühl, dass wir mit einer Saison zu testen. Was ist das? Ist das, was ich da? Ich hab auf jeden Fall geholfen. Wir werden uns zusammen mit dem Karten gehen. Vielen Dank.